Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Matago Video zum Casio Classbed 2. Wir schauen uns in diesem Video den Befehl Solve an. Was kann man mit dem Befehl Solve alles machen? Man kann einerseits natürlich Gleichungen lösen und auf der anderen Seite kann man natürlich auch hergehen und bestimmte Gleichungen umformen. Ich möchte euch beides jetzt mal zeigen. Das heißt, wir wechseln in den Main-Bereich sozusagen dort, wo gerechnet wird und wählen jetzt hier einfach mal den Solve-Befehl aus bei uns in der Tastatur und können jetzt hier einerseits, wie gesagt, hergehen und eine Gleichung lösen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel ganz simpel hergehen und sagen, wir haben hier 2x plus 7 ist gleich 13, ist ja egal, dann wäre das unsere Gleichung, die wir jetzt hier auf x lösen wollen sozusagen. Damit wir das lösen können, müssen wir jetzt hier nur noch hergehen und sagen, beistrich x, damit das Ganze eben auf x gelöst wird und wir können es dann die Klammer auch noch zumachen, ist jetzt zwar gar nicht zwingend notwendig, auf x drücken und schon haben wir hier unsere Lösung für x, nämlich eben x ist in dem Fall 3. Der Solve funktioniert insofern auch sehr hübsch, dass wir auch mehrere Lösungen rausbekommen, zum Beispiel, wenn wir jetzt hier eine Funktion dritten Grades eingehen, also x hoch 3 minus 6x hoch 2 plus 9x und das Ganze gleich 0 setzen, zum Beispiel, wenn man jetzt die Nullstellen beispielsweise ausrechnen will, dann kann man hier wieder hergehen, beistrich x drücken und dann erhalten wir hier zum Beispiel 2 Lösungen, weil halt eben diese Funktion 2 Nullstellen hat, einmal bei 0 und einmal bei 3. So viel, wie gesagt, zum Gleichung selbst lösen, also wenn wir jetzt irgendeine Gleichung eben ist gleich eine Zahl setzen und die unbekannte in der Gleichung ist, aber ihr habt hier auch die Möglichkeit, den Solve dahingehend zu verwenden, dass ihr zum Beispiel eine Gleichung auch umformen müsst. Auch das möchte ich euch schnell zeigen. Sagen wir, wir haben jetzt hier eine Funktion, die da lautet E, oder E ist jetzt vielleicht ein bisschen ein blöder Buchstabe, nennen wir es N, ist gleich, dann haben wir hier meinetwegen M mal A hoch T. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Exponentialfunktion und die wollen wir jetzt umformen auf T sozusagen. Das heißt, wir geben hier einfach Beistrich T ein und können das Ganze jetzt umformen lassen und erhalten dann zum Beispiel für T eben folgenden Befehl, nämlich, also folgende Umformung, ln von N durch M durch ln von A. Da könnt ihr jetzt natürlich hergehen und diverse Varianten ausprobieren. Auf jeden Fall könnt ihr hier mit dem Solve-Befehl eben auch Gleichungen umformen. Probiert das einfach mal aus. Es ist wirklich sehr angenehm, weil man sich dann doch ein bisschen an Arbeit erspart. Das war es auch schon wieder zum Solve-Befehl am Casio Classpad 2. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch. Wir sehen uns ziemlich sicher in einem anderen Video wieder.